Es ist endlich wieder Kürbiszeit. Das leckere Gemüse hat von August bis in den Wintersaison und lässt sich in vielen leckeren Varianten genießen. Egal ob Kürbis aus dem Backofen, die klassische Kürbissuppe oder als Pfannengemüse, das Gemüse begeistert durch seinen nussigen, leicht süßen und saftigen Geschmack. Doch was, wenn es mal schnell gehen muss? Dann ist dieses Rezept genau das Richtige. Befüllter Kürbis aus nur drei Zutaten. Sie benötigen einen mittelgroßen Muskatkürbis, 200 Gramm Feta und 200 Gramm Quinoa. Als erstes den Kürbis halbieren, mit einem Löffel entkehren und für 30 Minuten bei 160 Grad im Ofen garen. Währenddessen waschen Sie den Quinoa und kochen diesen für 10 Minuten in der vorgegebenen Wassermenge. Als nächstes den Feta in kleine Stücke schneiden. Dann das Wasser abgießen und den gekochten Quinoa mit dem Feta vermähen. Den Kürbis nach 30 Minuten aus dem Ofen holen und zusammen mit der Quinoa-Feta-Mischung weitere 10 Minuten backen. Fertig ist das schnelle und leckere Gericht. Mit Curry und anderen Gewürzen lässt sich das Gericht noch verfeinern. Auch ein Joghurt-Dip macht sich wunderbar zu dem Ofenkürbis. Aber auch ohne Extras schmeckt das Gericht mit nur 3 Zutaten hervorragend und ist dazu auch noch gesund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017